Ich verpasse ihm schon mal die Haftrompe, damit es schneller geht. Ja, sehr gut. So, das braune Fass draußen ist schon vermint. Sehr gut. Ich habe auch ein gelbes schon vermint. Hier gibt es auch noch ein gelbes. Hier gibt es auch noch ein gelbescher. halter fünf leute vielleicht erschießen sie sich gegenseitig ja wir haben so schöne fässer draus recht es geht los ja super ganz weitergehen so waren es nur noch vier vier stück sind noch da ich gucke noch mal vier stück die warten doch scheinbar aber wir können wir könnten nur hinten raus nach ja aber da können wir gegen die wand ist da kein kletterzorn wir könnten aber links raus hier ich gucke mal ob da jemand ist die sind hier rechts war dem warten wir lieber noch ein bisschen ich habe einen das wäre gut du hast ihn ich höre es wieder zu vorsicht dass die tür auf ich habe ihn aber erst da ist sehr gut aber die reaktion er hat mich erwischt er ist selber gestorben wie hat er das denn geschafft ja ich habe ja mehrere fallen aufgestellt und erst in die stacheldrahtfalle und dann in die andere sehr gut aber du musst jetzt auch noch ein bisschen sicht haben ja nur ich sehe nur den da hinten noch okay aber dann können wir abhauen nichts zu weg das war ja geil jetzt warten doch gelohnt auf jeden fall die drei hätten auch scheiße hier ist ganz schön offen alles ja doch mal drei kills ja so schön zwei erwischt genau das war richtig geil okay einer durch die einer ist ja durch die stacheldrahtfalle selber noch gestorben vielleicht werden uns sogar vier angerechnet ja das stimmt guck mal vor uns da ist keiner die meisten sind tot wahrscheinlich ist nur noch der eine über die ganzen zombie stehen auf und rennen hinter uns sind der bestimmt 45 zombies hinter uns zum glück geben sie ja irgendwann auch ja ja oh in den arsch gebissen das in der rege uns putt aus bis jetzt Ja, der ist uns nicht mal gefolgt, der Typ. Oh, okay. Okay. Yeah, sehr gut.